Hallo und willkommen zurück. Heute geht es weiter mit Assembler. Heute wollen wir uns angucken, wie man Schleifen in Assembler baut. Und ja, Schleifen gibt es in Assembler und es ist gar nicht so schwer, die Dinger zu benutzen. So, als allererstes wollen wir hier eine Subtraktion noch einstellen, weil wir hier bis 5 in der Schleife hochzählen wollen. Einfach so, weil wir es können. Und weil es ein schönes Beispiel ist. Deswegen, wir müssen am Ende wieder bei 3 rauskommen, damit wir 3 ausgeben können, weil wir unser Skript halt so geschrieben haben. Aber wir wollen hier jetzt dann bis 3 eben auch kommen. Und deswegen, wenn wir hier 5 drauf verdienen sozusagen, dann müssen wir auch irgendwie diese 5 wieder runterkriegen. Deswegen machen wir das. Und ja, jetzt sagen wir hier, okay, wir wollen eine Schleife. Und eine Schleife ist im Endeffekt nichts weiteres, außer ein bedingter Sprung. Das heißt, ein Sprung, der immer ausgeführt wird, wenn irgendwas noch erfüllt ist. Und eure Hausaufgabe wird auch sein, das Ganze ohne den Befehl Loop zu verwenden. Aber wir werden jetzt hier Loop verwenden, weil man damit im Endeffekt eine Loop ausführen kann. Quatsch, ohne Dollar. Und dann springen wir immer zu Schleife. Das heißt, hier steht jetzt quasi drin Loop Schleife. Das heißt, dieses Schleife-Ding wird wiederholt ausgeführt. So, und hier wollen wir jetzt sagen, wir wollen immer 1 auf unser Prozent ESI drauf addieren. Okay? So, jetzt woher weiß unsere Schleife, was genau eigentlich oder wie oft sie das machen soll? Naja, dafür gibt es einen speziellen Mechanismus. Das wäre, es wird der Wert in Prozent ECX verglichen. Und wenn dieser Wert größer als 0 ist, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel Dollar 5 reinpacke, dann wird hier dieser Wert erstmal in ECX reingeschrieben. Dann wird die Schleife ganz normal ausgeführt. Also es ist quasi eine Do-While-Schleife, wenn ihr mal programmiert habt. Wir addieren hier 1 drauf, dann sind wir hier bei 1. Dann wird hier überprüft, also ich ziehe erstmal 1 von meinem Wert in ECX ab. Und ECX ist tatsächlich fest, das könnt ihr nicht ändern. Also es wird einfach tatsächlich geguckt, hey, welcher Wert steht denn gerade in ECX drin? Ah, okay, es ist also 5. Also ziehe ich 1 ab, führe die Schleife wieder aus und so weiter und so fort. Also bis ich hier eben bei 0 angekommen bin, das heißt diese Schleife wurde dann 5 mal ausgeführt und ich springe nicht mehr zurück. Das heißt, der Code läuft einfach weiter durch. Das heißt, dieses Statement hier wird einfach quasi ignoriert. Und dann wird hier eben Subtrahieren von 5 ausgeführt und so weiter und so fort. Und ja, wir wollen uns das Ganze natürlich mal hier angucken in unserem Code drin, was so aussieht. Also es wird dann einfach genauso wieder 3 ausgegeben. Das heißt, es passiert auch tatsächlich so, wie ich es euch gerade erzählt habe. Also eigentlich relativ simpel. Der Wert in ECX ist quasi der magische Wert. Das ist unsere Zählvariable. Loop verringert den Wert automatisch um 1 und überprüft dann, ob der Wert größer als 0 ist. Und falls ja, dann springen wir zu Schleife und führen das Ganze nochmal aus. So, eure Hausaufgabe ist, das Ganze mal ohne das Schlüsselwort Loop zu programmieren. Das heißt, ihr werdet einen Vergleich brauchen und je nachdem eben dann einen bedingten Sprung haben. Und genau das möchte ich, dass ihr mal selbst programmiert. Das ist eigentlich nicht besonders schwer, aber ist eine tolle Übung. Okay, jetzt gibt es nicht nur Loop, sondern es gibt auch noch andere Schleifenbefehle sozusagen. Und zwar bedingte Schleifen. Wobei die ja im Endeffekt auch schon mehr oder weniger bedingt war. Aber sie funktionieren ein bisschen anders. Okay, ich habe hier schon mal Loop eingefügt. Und zwar Loop ist einfach eine Schleife, die wird ausgeführt bis ECX 0 ist und verringert ECX aber immer um 1. Gut. Das nächste wäre Loop, also mit einem E hinten dran, was wieder mal für Equals steht. Ich schreibe das jetzt trotzdem mal dazu, weil es ist immer, wenn man weiß, wofür es steht, kann man sich eigentlich herleiten, wie das ganze Ding funktioniert. Wobei man eigentlich fairerweise sagen müsste, die beiden tun exakt dasselbe. Ähm, weiß auch nicht, das war glaube ich früher mal anders geplant, aber dann haben sie es doch wieder über den Haufen geschmissen. Ähm, Lupe und Loop Z überprüfen einfach, ob das Zero-Bit gesetzt wurde. Das heißt, ob die Operation vorne dran 0 ergeben hat. Falls das so ist und ECX ist größer als 0, also quasi zwei Bedingungen auf einmal, dann werden wir springen und zwar an die Stelle, die man hier hinten dran angibt. Also auch wieder Lupe, Lupe Schleife zum Beispiel. Wobei das jetzt hier nicht funktionieren würde, weil wir hier bei Add 1 und ESI, da kriegen wir ja nicht 0 raus. Da kriegen wir ja was größeres als 1 raus, zum Beispiel hier eben 1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5. Ähm, wenn wir aber irgendwann mal das ganze negativ machen würden und wir würden quasi abziehen davon, dann würden wir irgendwann mal hier 0 rausbekommen bei dieser Operation und dann würden wir sozusagen springen. Also nur dann. Während wenn wir hier die anderen beiden nehmen, also Lupe Ne und Lupe NZ, die machen auch wieder dasselbe. Ähm, die überprüfen, ob das auch wirklich nicht gleich 0 ist. Das heißt, wenn ich hier Lupe Ne oder Lupe NZ reinschreibe, funktioniert das genauso, weil eben hier, ähm, diese Dollar 1 und das Prozent ESI, das wird niemals 0 ergeben. Also ist diese Not Equals oder Not Zero, diese Bedingung, dass es quasi, dass die Operation vorne dran niemals 0 ergeben hat, die ist immer erfüllt in unserer, in unserer Gleichung hier. Und ECX ist ja auch erstmal für 5 Varianten oder 5 Durchläufe größer als 0. Und so lange wird das eben auch ausgeführt. So funktionieren hier die Schleifen. Ähm, okay, wunderbar. Ja, eigentlich wollte ich das weg haben. Und so, ist okay. Cool. Also wie gesagt, das Einzige, was ihr wirklich hier braucht, ist Lupe. Und selbst Lupe lässt sich wunderbar ersetzen durch einfach reguläre Jump-Befehle, die man so eigentlich gar nicht braucht. Und mit den Jump-Befehlen seid ihr halt auch nicht, also hier mit Lupe seid ihr wirklich festgeschrieben auf das Register ECX. Während wenn ihr Jump-Befehle verwendet, könnt ihr natürlich Register benutzen, wie ihr gerade lustig seid, müsst aber dafür 2 Befehle oder sowas mehr machen. Okay, aber wie gesagt, Lupe eigentlich keine schlechte Idee. Gut, das war es auch schon wieder. Eure Hausaufgabe habt ihr und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.